Es ist sechs Jahre her. Tausende Flüchtlinge strömten nach Deutschland und die Kanzlerin war optimistisch. Wir schaffen das. Jetzt sind die Zahlen von 2016 längst übertroffen. Und erste Politiker signalisieren, wir schaffen das nicht. Mitteldeutschland vor dem Fluchtwinter. Schaffen wir das? Fakt ist, am Montag um 20.30 Uhr im Livestream und ab 22.10 Uhr im MDR Fernsehen. Untertitelung des ZDF, 2020